Wie ich höre, waren Sie noch nie ab einem Kreuzfahrtschiff? Nein. Ich bin Dr. Leonhard, der Schiffsarzt. Der Typ ist ein Freak. Aber sexy. Ein begnadeter Arzt mit einer geheimnisvollen Vergangenheit. Er wird verdächtig, dem Verschwinden seiner Frau beteiligt zu sein. Er stellt im Moment keine Gefahr für das Schiff dar. Ich behalte sie im Auge. Der Schiffsarzt. Heute ab 20.15 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017